Die Initianten der Selbstbestimmungsinitiative behaupten ja, sie wollen damit die Demokratie retten. Das ist falsch und auch irreführend. Unsere Demokratie ist eine rechtsstaatliche Demokratie. Das heisst, sie ist eingebettet mit Freiheitsrechten, die Meinungsfreiheit ist Voraussetzung der Demokratie und die Freiheitsrechte können auch gewisse demokratische Entscheide beschränken zum Schutz der Freiheit des einzelnen Bürgers und der Bürgerin. Und da ist die Menschenrechtskonvention wichtig für die Schweiz, weil das Bundesgericht sie anwenden kann in gewissen Fällen und wenn die Initiative angenommen würde, könnte das Bundesgericht dies nicht mehr tun. Wer also die Freiheiten ungeschmälert schützen will, muss diese Initiative ablehnen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017